Wie funktioniert ein Cochlea-Implantat-System? Das ist ja ein teilimplantierbares System, das außen aus einem Sprachprozessor besteht und einer Sendespule. Und dieser Sprachprozessor nimmt Schall auf, Sprache, Musik, Umweltgeräusche, und dieser Schall wird dann kodiert, wird also in digitale Signale überführt. Und diese digitalen elektrischen Signale werden dann durch die Sendespule auf das Implantat selber übertragen. Okay, und das ist dann das Implantat selber, was unter die Haut hinter dem Ohr implantiert wird. Und es besteht also aus einer Empfängerspule. Diese Empfängerspule nimmt die Signale über diese Sendespule auf und leitet sie an ein Elektrodenbündel weiter. Und das besteht aus bis zu 22 Elektroden, die dann in die Hörschnecke eingeführt werden. Werden diese Elektroden aktiviert, werden dann die noch intakten Hörnervenfasern erregt, und die leiten dann sogenannte Nervenimpulse an unser Gehirn weiter. Und dadurch entstehen dann Höreindrücke. Und es wird ein Lernprozess dadurch ausgelöst, der uns die Voraussetzung schafft, wieder Sprache zu verstehen.